Leicht und dennoch mit einem Schutz vor Wind und leichten Regen ausgerüstet, begleitet dich das Adidas Supernova Storm Longsleeve bei deinem Training. Und dabei sieht es bei aller Funktionalität auch noch sehr cool aus. Der bequeme Schnitt des Shirts ist voll auf die Laufbewegung abgestimmt. So wirst du beim Laufen nicht eingeengt und kannst dennoch den Wetterbedingungen trotzen. Ausgerüstet mit einem windabweisenden Material wirken Wind und leichter Regen weniger abschreckend. Zudem ist die Faser atmungsaktiv und leitet Schweiß vom Körper weg nach außen, wo er verdunsten kann. Ein nützliches Detail sind die verlängerten Ärmel mit Daumenöffnung. Sie verhindern nicht nur ein verrutschen des Shirts, sondern schützen auch deinen Handrücken vor Kälte. Zur Verbesserung deiner Sichtbarkeit wartet das Adidas Supernova Storm Longsleeve mit einer ordentlichen Anzahl von Reflektoren aus. So wirst du bei schlechten Sichtverhältnissen besser und schneller wahrgenommen. Und falls du einen Stauraum für deine Laufutensilien suchst, in der Reißverschlusstasche kannst du Schlüssel und Co. sicher aufbewahren. Das Adidas Supernova Storm Longsleeve ist ein vielseitiger Trainingsbegleiter, das du wunderbar mit den anderen Textilien und den Schuhen aus der Adidas Kollektion kombinieren kannst. Hol dir alles zusammen in deiner Runners Point Filiale oder bestell dir das Longsleeve Online auf runnerspoint.com